Diese Jugendlichen, die hier immer alles hinschmeißen, das ist total eklig. Ja, das soll doch einer von euch, oder nicht? Ja, genau. Du hast es ja fast. Aber dann mach ich nicht. Ja, auf jeden Fall. Wir wollen nur einen das Geld abkriegen. 3.000 Euro zurück in den Weg. Das kann ich gar nicht mehr haben mit dir. Die ganzen rostfreschen Göhren. Wir sollten uns ein Ding mal bauen. Endlich. Hurra. Hab ich jetzt nicht verstanden. Bis zum nächsten Mal.